Hey Leute, heute geht's weiter mit Let's Play Minecraft. So, ich habe einen Test, den ich jetzt machen möchte. Wir haben noch beim letzten Mal, ich glaube der hier war's, oder? Ja, der hier war's. Okay, der Server speichert, aber anscheinend gibt er keine Server-Speichermeldungen mehr. Das war jetzt mein Test, ob er trotzdem speichert. Den Neustart macht er. Und nach einem Neustart gehen die Änderungen eigentlich verloren, die nicht gespeichert werden. Das heißt, er speichert. Super. Aber neu ist eben, dass diese Speichermeldungen nicht mehr da sind. Ich habe nachgesehen, ich fand keine Einstellungen, wo man das irgendwie machen kann. Vielleicht waren wir tatsächlich auf einer älteren Hardware. Oder aber diese Speichermeldungen wurden irgendwo in einer Minecraft-Einstellung vielleicht rausgenommen. Könnte man ja mal nachsehen. Ich habe keine Ahnung, wo die sein sollten. Ich glaube, hier gibt es irgendwo... Nein. Ich habe keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall, was funktioniert das. Das Zweite ist, mein Mikrofon habe ich letztens wieder ein bisschen leiter gemacht, weil ich so leise war. Und das hat eine Aufnahme gut funktioniert und seitdem bin ich zu laut. Und dann, jetzt bin ich wieder leiser. Ich bin jetzt fast zu leise wie vorher und plötzlich ist es wieder ganz normal laut. Keine Ahnung, vielleicht hatte ich irgendwie den Stecker falsch drin oder nicht richtig drin. Was irgendwie seltsam ist, denn ich stecke als Mikrofon. Jedes Mal, wenn ich zwischen Super Nintendo und PC wechsle zum Aufnehmen wegen Pokémon oder Minecraft oder sowas, stecke ich jedes Mal das Mikrofon eigentlich wieder aus und dann wieder neu an. Naja, egal. Es ist seltsam und ich weiß nicht wieso. Also was die Ursache dafür ist, weiß ich nicht. So, wir... werden jetzt hier ein bisschen wieder was machen. So, die kommen da rein und das nehmen wir mit. So, sehr schön. Großpanzer ist voll und ich habe gesehen, dass ein bisschen was in die Spitzhacke ist. Wunderbar. Bringen wir das hier wieder runter. Die Netherziegel. Und dann sehen wir mal nach, was wir heute machen werden. Der Zufall wird wieder entscheiden. Mal sehen, was er heute für uns parat hat. So, es sind immer noch acht Punkte, oder? Zwei, vier, sechs... Ja, immer noch acht Punkte. Und er sagt die Eins. Höhlentour. Wir machen also beim Leuchtturm weiter. Na gut. Dann machen wir da weiter. Dann legen wir jetzt erstmal... Den Wassereimer bräuchten wir. Eventuell. Nicht zwingend, aber eventuell. Und... Ah, vielleicht eine neue Eisenschaufel. Und hier kommen... Na, jetzt. Hier kommen die beiden Sachen hin. Ich glaube, ich mache die Eisenschaufel, wenn wir sie brauchen. Machen wir uns wieder auf den Weg. Äh, nein, halt. Mit dem Boot. Machen wir uns auf den Weg. Das sah gerade gefährlich aus. Also würde der... Haben wir jetzt eigentlich alle da? So, hier haben wir wieder drei und drei. Und hier haben wir auch drei und zwei, drei. Super. Gefällt mir. Halsboote sind da links. Auf zum Leuchtturm. Mal wieder. So, aber ich habe mir für den Fall, dass wir heute wieder eine Höhenturm machen, beziehungsweise... Ja, eine Höhenturm machen, habe ich mir tatsächlich ein kleines Gesprächsthema überlegt, Leute. Ein relativ witziges, beziehungsweise lustiges. Aber für diejenigen, die das nicht kennen, äh, etwas derartiges nicht kennen, werde ich erstmal ein bisschen ausholen. Nämlich gibt es eine Art von Spiel. Es ist kein Videospiel, es ist auch kein Brettspiel, es ist auch kein Kartenspiel. Es ist ein Papierspiel. In erster Linie ist es eigentlich ein Fantasiespiel. Denn alles, was man dafür braucht, sind Papier, Stift und viel Fantasie. Und die meisten von euch kennen es unter dem englischen Namen Pen and Paper. Also Papier, äh, Stift und Papier. Das war es auch schon. Und das ist wirklich genau so. Man braucht nicht mehr nur Stift, Papier und fertig. Und das braucht, den Stift braucht man, um Sachen aufzuschreiben, das Papier braucht man auch, um Sachen darauf schreiben zu können. Ähm, und damit man sich nicht alles merken muss, äh, Stift und Papier braucht man praktisch als Gedächtnisstütze. Jemand mit einem ultimativen Gedächtnis bräuchte das nicht einmal. Aber wer von uns hat schon so etwas? Ein ultimatives Gedächtnis, das sich an alles ändert. Bei Dr. House fällt mir gerade ein, gab es mal eine solche Frau, die sich an alles seit ihrem... Keine Ahnung, vierten Lebensjahr oder sowas ändert. Ausnahmslos, alles. Und das ist echt heftig. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ich stelle mir das als unglaublich geil vor. Aber naja, egal. Ich schweife ab. Jetzt muss ich mich hier mal kurz konzentrieren, dass ich den richtigen Weg gehe. Ähm, es ist nämlich schon wieder eine Woche her. Er hat uns geschlagen. So, die Erfangspunkte holen wir uns. Auch. Sehr schön. So, ach, wir sind eh schon da. Lol. Das ging schnell. So, jetzt muss ich aber... Au. So, ein. Ja. So, wo ging es denn dabei? Ich glaube, wir hatten hier eine Abkürzung, die wir irgendwie nie genutzt haben. Die ging irgendwie hier hoch. Genau, wir waren... Ich glaube, wir waren... Waren da? Oder waren wir da unten? Boah, na, ich glaube, wir waren hier oben. Verdammt, ich weiß es schon wieder nicht mehr. Ha, warte, ich erinnere mich. Wir waren hier unten, glaube ich, hatten wir ein bisschen was. Ach, hier waren wir schon fertig. Okay. Hier waren wir schon fertig. Ähm. Irgendwann ein Zombie runter. Uah! Ich mag das überhaupt nicht, wenn Zombies da runterfallen. War es da oben? Verdammt, wo war das? Ich weiß, ich erinnere mich doch nicht mehr. Au! Nicht mal ins Wasser. Ich habe gedrückt, aber anscheinend zu spät. Sodass ich schon in der Luft war. Jetzt. Okay. Das gibt es doch nicht jetzt. Ich gehe jetzt mal hier entlang. Hier, war was hier oben? Nein. Hier sind wir schon fertig. Und da sind wir ja gerade rüber gesprungen. Da fehlt noch der Diorit und das Eisen. Aber wir waren doch irgendwo hier. Das haben wir alles schon gemacht. Und dann haben wir den Diorit bekommen. Daran erinnere ich mich noch. Und ich glaube, ich bin dann hier in die Decke hoch. Aber das sah gerade nicht so aus. Hm. Ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt müsste ich hier hoch. Und dann da nach links. Ahaha! Hier war's. Und jetzt? Ich glaube, wir sind hier entlang. Und dann? So. Die Schaufel ist immer noch nicht wieder voll. Schade. Hm. Hm. Na gut. In die Fahrungspunkte. Okay. Hä? Auch der Helm ist noch nicht wieder ganz. Ich bin aber nicht dann da runter, oder? Ich glaube, ich bin hier weiter. Und hier hoch. Und da hoch. Und dann bin ich hier hoch. Verdammt, wo bin ich denn überall hoch? Die sieht so gut aus. Als hätten wir hier ein bisschen was abgebaut. Und fertig geworden. Nein. Wir sind nicht fertig geworden. Halt doch. Das sieht gut aus. Hm. Irgendwie sieht's hier dunkel aus. Ich mach hier mal einen Fackel hin. Aber ich hab irgendwie eine Erinnerung, dass wir bei Kies aufgehört haben. Tatsächlich. Hm. Also hier haben wir ein aufgehört und da war es auch noch nichts. Also haben wir offenbar doch waren wir offenbar hier. Hier sind auch keine Fackeln. Hm. Okay. Na gut. Dann machen wir hier weiter, Leute. Anscheinend waren wir hier. Ach Mist. Ich muss ja da von unten her wieder hoch. So. Holen wir uns hier den Andesid. Die Kartoffel kann mal weg. Aber ich versteh das nicht, warum ich dann an Kies denken musste. Naja, egal. Oh. Als zu aktiv geht es hier gar nicht mehr rein. So. Das war fast gar nichts mehr. Lol, das war's schon? Okay. Wir hätten jetzt noch diesen... Ich hol mir auf jeden Fall mal das Eisen hier. Okay. So, wir könnten da jetzt runter. Oder wir könnten da jetzt rein. Ich will da rein. Ähm. So, Pen & Paper, Leute. Okay. Du musst doch noch warten. Das war ein Feld. Das da und das hier. Und da ist einfach die Höhle hat da einfach nur eine Schneise reingemacht. Lol. Okay, Leute. Dann würde ich jetzt sagen, wir gehen jetzt da rein. Das ist Granit von da drüben. Das kümmert mich jetzt nicht. Ist das da vielleicht? Das ist Diorit. Okay. Äh, diese Diorit holen wir uns, Leute. So. Okay. Pen & Paper. Ähm, es geht dabei einfach nur um... Um wirklich einfach nur um Fantasie. Man denkt sich irgendwelche Abenteuer aus. Um irgendwas. Es kann alles Mögliche sein. Es kann ein Abenteuer in einer Fantasiewelt sein, die man sich selbst erdacht hat. Es kann ein Abenteuer in einer Fantasiewelt sein, die man bereits kennt. Alles Mögliche. Aha. Ähm. Es kann ein Abenteuer sein in einer... In unserer Welt. Es kann irgendwie ein... Ein... Ein Händlerabenteuer sein. Also ein... Äh, Abenteuer im Sinne von... Wir handeln... Äh, äh, ein Handeln irgendwas. Oder es kann... Man kann ein Detektiv-Abenteuer spielen. Also es... Es kann wirklich alles Mögliche sein. Und... Die denkt man sich halt einfach aus. Da gibt es einen, der sich die ausdenkt. Das ist der Meister. Beziehungsweise... Und er muss sie sich nicht selbst ausdenken. Es geht auch, dass er sie einfach von... Irgendjemand anders hernimmt. Und... Dann gibt es die Spieler. Das sind die anderen. Ah, da sind wir. Cool. Und die Spieler spielen eben diese Abenteuer. Während der Meister sie durch diese Abenteuer führt. Und da haben wir jetzt... Ein, ein, ein sehr bekanntes, beliebtes Abenteuer. Anscheinend auch vor allem bei uns Deutschen. Habe ich gelesen. Ist das Schwarze Auge. Und das ist eine Welt, eine Fantasy-Welt. Leute, da gibt es natürlich Menschen, aber da gibt es auch Elfen und Orks und Trolle und riesige Zykloppen und sowas. Oh, da oben geht es weiter. Mit Andesid. Gehen wir hoch. So. Und... Oh, Erde. Wir sind schon wieder bei 58. Die Erde lassen wir. Das ist, äh... Erde, die tatsächlich ganz oben ist. Also da geht's... Aber wir hören auch schon wieder irgendwen da herumlungern. Irgendjemand so einen Enderman. Aber da, da, da oben, da ist die echte Welt... Äh, da ist die Oberfläche. So, das Wort habe ich gesucht. Oberfläche. Und... Bei den schwarzen Augen geht es darum, äh, da geht es um die Welt, oder besser gesagt den Kontinent... Nein, die Welt der, glaube ich, heißt sie, die Welt. Und, äh, der Kontinent, auf dem sie spielt, heißt Aventurien. Oder einer der Kontinente, auf dem man spielen kann. Es gibt mehrere. Und Aventurien ist... Ich glaube, von der Fläche war er ungefähr so groß wie Europa. Aber da, da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Egal. So, denn... Oh, jetzt habe ich kurz Angst bekommen, dass er jetzt hier, bei uns hier unten drin ist. So. Und in dieser Fantasiewelt kann man ein Abenteuer erleben. Alles Mögliche. Und... Jetzt war es halt so, dass wir... Damit meine ich jetzt, ähm... Brozocker, Ricola, Tla Handia... Und Kefrey. Den habe ich vergessen. Ähm, wir fünf haben gesagt, wir wollen das machen. Und... Wir hatten davor schon ein paar Pen & Paper gespielt. Das sind Zombie Pen & Paper. Ähm, aber das hat mir nicht so gut gefallen. Und da habe ich gesagt, lass uns doch was anderes machen. So. Bisschen Kohle. Und dann bin ich eben auf... Da habe ich ein bisschen gegoogelt. Und bin eben auf das schwarze Auge gekommen. Und habe gesagt, das würde ich gerne mit euch spielen. Und, äh... Bin auf diese Weise sozusagen zum Meister von unserer Gruppe geworden. Davor war es Kefrey. Bei dem Zombie-Abenteuer ist er auch immer noch. Aber bei... Das schwarze Auge bin es jetzt ich. So, hier ist echt... Hier kriegen wir noch einiges. Das gefällt mir. Wir sind schon wieder fast an der Oberfläche. Aber ich hoffe, wir haben hier überall Erde. Sodass wir nicht... Irgendwie uns nach oben graben oder so. Sieht gut aus bisher. Da ist noch Granit. Den möchte ich mir holen. Aber jetzt grabe ich erstmal hier weiter. So. Und... Dann haben wir eben... Also dann haben wir uns... Habe ich uns das Grundregelwerk gekauft. Einmal in Buchform und in PDF-Form. Das haben wir alle durchgelesen. Das sind... Ich hab das mal 500 Seiten fast. 430 oder sowas. Irgendwie so. Oh. Das wird jetzt heftig. Also knapp. So. Und das ist auch ein... Gutes... Naja. Ein dickes Buch. Relativ dick. Nicht allzu dick. Ich kenne dickere. Aber doch relativ dick. So. Das möchte ich da... Geht mir den da holen. So. Das ist auch weg. Und das hier können wir uns noch holen. Das war's dann mit dem Diorit. Dann mache ich jetzt hier den Granit her. Und... Naja. Jedenfalls... Oh halt. Okay. Gut. Äh. Das ist voll. Dann... Haben wir noch... Hier einen Diorit. Okay. Den lassen wir... Wenn man hier noch ein bisschen Ande sieht. Da ist doch Kohle. Jedenfalls haben wir halt alle das Grundregelwerk durchgelesen. Und dann haben wir angefangen... Und... Also die anderen haben angefangen... Charaktere zu machen. Charaktere zu erstellen. Damit wir ein Abenteuer spielen können. Und das war an sich... Oder ist an sich... Recht aufwendig gewesen. Also... Wir haben tatsächlich... Mehrere Stunden dafür gebraucht. Also... Wer... Wenn ihr euch... Gut. Ich muss sagen... Es liegt... Ich glaube... Wenn man sich auskennt... Liegt die Zeit wahrscheinlich bei zwei bis drei Stunden. Meinen Charakter zu erstellen. Einen komplett neuen. Aber... Nachdem ich der Einzige war... Der sich das Grundregelwerk komplett durchgelesen hat. Und zwar so, dass er alles verstanden hat. Ähm... Ja... Musste ich den anderen vieles erklären. So... Das Eisen können wir noch mitnehmen hier. Das andere sieht da oben... War... War das echt ganz weg? Ist echt ganz weg. Okay. Kannst du... Wsten... Leidiger... O ch Allah! Wo? or wer hat... Wunsch rainy že Whize. Do... Wir ETU Shane. Bautzen... Wir tun... Wir tun uns... Wir tun uns... paar Mal wo experimentiert... Uh... Wir tun uns das... Wir tun uns so, touched. Dashnau... Mus announced. Ein Ding... Sு28. Aber wir tun nicht... Wundern wie dieser... Wir tun mitce... die sind mit... Wir tun sagu... Wir tun uns... Wir tun... Devon ein Ei... Wir tun...